Beste Bedingungen für den sechsten Lauf der Nürburgring-Langstreckenserie. Annähernd 30 Grad, keine Wolke groß am Himmel und die Zuschauerränge picke-packe voll, um sich hier auf der Nürburgring-Nordschleife das Spektakel anzuschauen. Und vorne am Start ist es direkt der Ferrari mit der Startnummer 19 und Startfahrer Luca Ludwig, der die Pole Position auch in die Führung umsetzen kann, als erster in die AMG-Arena abbiegt. Dahinter sehen wir schon die Duelle, die da in der SP9, aber auch mit der Cup 2-Klasse entstanden sind. Andere Teilnehmer mit ein bisschen weniger Glück in der Startphase unterwegs. Niklas Krüten, der sich direkt im Walkenhorst BMW vorbeisetzt am Dörr Motorsport Aston Martin, dann aber das Auto direkt abstellen muss. Einige Teile aus der Startphase, die noch auf der Strecke verteilt sind und den einen oder anderen Kollegen mitnimmt. Auch Duelle in den anderen Klassen, gerade die Cup 2-Klasse hat uns viel Freude bereitet an diesem Tag. Harte Gangart hier, um an der Konkurrenz vorbeizugehen. Die Duelle teilweise auch auf der Nordschleife sehr eng, wie wir auch hier sehen können in der Klasse VT2. Die Heck angetriebene Klasse immer sehr umkämpft. Letztes Jahr haben wir ja da bereits den Meister rausgekrönt. Der Black Falcon Porsche, der hier ein bisschen mit der Brechstange am K-Krämer-Fahrzeug vorbeigeht. Der Teamkollege ebenfalls direkt hinterher. Hinterher die 489 von Matilda Racing, der VW Scirocco ebenfalls gut unterwegs. Genauso wie die 187 der BMW M4 in der SP10 am Ende des Tages Klassensieger gewesen. Genauso wie die 884 in der Klasse der BMW M2 CS Cup-Fahrzeuge. Unser Moderator aus der Boxengasse, Olli Sittler, mit sichtlich viel Spaß auch unterwegs. Weniger Spaß hat es bei Asbest Racing gemacht. Da hat hinten links zwischenzeitlich mal das Rad gebrannt. Ja und auch die Mannschaft von Scherer, PHX, immer mit vorne dabei, aber auch später eher im Pech gewesen. Jetzt sehen wir hier schon die eine Besonderheit, die wir haben beim sechsten Lauf der Nürburgring-Langstreckenserie. Wir fahren rein in die Dämmerung, in die Nacht. David Pitt hat hier im Falken Porsche kurz mal einen kleinen Moment gehabt in der Wedol-Schikane. Ein bisschen Übersteuern gehabt, konnte das Auto doch aber dann wieder abfangen und weiterfahren. Frühzeitig beenden allerdings, das musste die Mannschaft von Scherer Sport, PHX, die das Auto frühzeitig abstellen mussten. Die K. Krämer Mannschaft, die 121 hier in die Dämmerung hinein. Hier sehen wir die Nordschleife schön mit der untergehenden Sonne im Hintergrund. Dennis Fetzer in der Startnummer 4 im Falken Porsche, kurzzeitig mal auf Abwägen, hatte sich gedreht. Ebenfalls gut unterwegs die Startnummer 3. Die 5, wie eben schon erwähnt, frühzeitig das Aus für die Scherer PHX-Mannschaft, haben das Auto allerdings dann noch flott bekommen. Für den NLS 7-Lauf am darauffolgenden Sonntag, die Startnummer 34. Allerdings, das ist die Mannschaft und das waren die Männer des Tages. Christian Krockniss und Kuba Germaciak, das waren die Sieger des sechsten Laufs der Nürburgring-Langstreckenserie. Ebenfalls belohnt für eine starke Leistung, die Falken-Mannschaft. Die Startnummer 3 auf Position 2 ins Ziel gekommen und auf Position 3 die Startnummer 4, die das Rennen da beenden konnte. Aber die Männer des Abends, das waren Kuba Germaciak und Christian Krockniss, die den ersten Lauf der 12 Stunden Nürburgring-NLS 6 für sich entscheiden konnten, bevor es dann weiterging mit NLS 7. Und auch am Sonntag wieder beste Bedingungen für den siebten Lauf der Nürburgring-Langstreckenserie. Wieder zahlreiche Fans, die hier vor Ort sind, um sich das Spektakel auch anzuschauen. Das Starterfeld diesmal ein bisschen kleiner als noch am gestrigen Tage, am Samstag, am sechsten Lauf. Auch einfach dem geschuldet, dass das ein oder andere Fahrzeug bereits ausgefallen ist. Die Ampel um Punkt 12 Uhr dann allerdings auf grün gegangen. Unser Polesetter Frank Stippler im Scherer Sport PHX muss sich direkt mal den Angriffen der Konkurrenten aus der SP9-Klasse entgegensetzen. Die 19, der Polesetter vom gestrigen Tag der Racing One Ferrari, hat da direkt mal Paroli geboten. Und da kommt auch am Ausgang der AMG Arena schon zur ersten kleinen Berührung, aber nicht weiter dramatisch. Das Ganze, beide können die Fahrt ganz normal fortsetzen. Und auch nach der Kurzanbindung gab es da nochmal einen kleinen Liebestapp von Frank Stippler mit, bevor die Startnummer 19 dann im Bereich Kesselchen vorbeigegangen ist. Und die Cup 2-Klasse war es, die uns heute wieder ganz viel Freude bereitet hat. Viele fulminante Duelle am Anfang und die Startnummer 11, der Schnitzel im AMG, mit Pech in der Anfangsphase. Vorne rechts der Radträger gebrochen, daher ein frühzeitiges Ende für das Auto. Hart umkämpft in der Anfangsphase auch die Cup 3-Klasse hier im Duell. Die 960 W&S Motorsport mit dem Fahrzeug, mit der 949 Sorg Rennsport, die 959. Das Schwesterauto konnte sich heute bereits vorzeitig in der Cup 3 zum Meister krönen. Die Cup 3, da wird entsprechend noch weiter gekämpft und da geht es auch noch in die nächsten Läufe hinein, bis da der Meister dann letzten Endes feststeht. Der eine oder andere mit ein paar Problemen. Da ist die Motorhaube kurz hochgeklappt, hat ein bisschen Zeit gekostet, ging aber trotzdem noch ganz normal weiter. Wenn nicht weiter ging es für die Startnummer 5, den Scherer Sport PAX Audi. Mit dem Reifenschaden hinten rechts musste man frühzeitig das Rennen beenden. Auch andere Konkurrenten mit Reifenproblemen bei diesen heißen Temperaturen. Die 807 Halder Motorsport alleine in der TCR-Klasse unterwegs. Die SP-10-Klasse ein bisschen gefüllter, der FK-Performance BMW M4 hier fulminant unterwegs. Genauso wie die Startnummer 1, Oskar Sandberg, der Meister des Vorjahres. Als Rennfahrer sollte man fit sein, da muss man sich schon mal ein bisschen warm machen, um solche Duelle hier durchzustehen. Die Startnummer 45 CP Racing in Kombination mit DER Motorsport da im Fight. Der ein oder andere Konkurrent auf Abwägen unterwegs, genauso wie hier die 961 nach einem Motorplatz in der Wedolchikane im Kies. Und die Startnummer 45 weiter im Duell jetzt hier mit dem Racing One Ferrari. Die 24 mit einem frühzeitigen Stopp, um die Motorhaube zu wechseln. Ja, und währenddessen gaben sich die beiden es auf der Strecke weiterhin. Die 19 musste dann allerdings auch frühzeitig aufhören. Hinten links der Radträger gebrochen, daher das frühzeitige Aus. Genauso wie für die beiden Konkurrenten hier aus der Cup 2-Klasse nach einem eher optimistischen Überholmanöver in die Hohenreinschikane hinein. Die Klasse der alternativen Kraftstoffe gegen Ende auch nochmal ein spannendes Duell da um Position 2. Aber Position 1, im Gesamt konnten sich die beiden Männer sichern, die auch gestern schon das Rennen für sich entschieden haben. Walkenhorst Motorsport mit Kuba Gemagiak und Christian Krognus. Das waren sie also, die 12 Stunden Nürburgring 2023. Weiter geht's am 22. und 23. September mit NLS 8.